Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Green Hell. Jo, ich bin gerade ein bisschen überfragt, wie ich machen soll. Ich bin schon ehrlich gesagt am Überlegen, ob wir nochmal eine komplett neue Runde beginnen. Richtig komplett neu. Vielleicht kriegen wir sogar eine neue Location, wo wir anfangen können. Ähm, weil wir haben jetzt schon ein bisschen was gebaut gehabt und ich bin gerade extra so am Sterben. Ähm, ja, keine Ahnung, wäre es denn spannender, wenn wir nochmal von vorn beginnen? Ich glaube fast schon, ne? Aber zahlt sich das jetzt aus noch wegen zwei, drei Parts? Na, na, machen wir das anders. Ähm, wir bleiben so wie wir jetzt sind, das ist vernünftiger. Und, ähm, wir werden vielleicht dann in so zwei, drei Monaten vielleicht nochmal eine Session machen. Eine neue Session, dann glaube ich, passt das besser. Äh, brenne ich gerade? Ich bin voll von Bugs. Okay, jetzt machen wir das Ganze vernünftiger. So, ich setze mich jetzt mal anständig hin. Dann bauen wir jetzt noch einmal zur Übung, bis ich das dann beim nächsten Mal wieder vergesse, äh, wie man ein Lagerfeuer baut. So, zack, 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 passt. Dann sammeln wir noch einmal das Essen hier ein. Dann versuche ich hier nochmal eine Nuss zu kriegen, oder zwei im besten Falle. Sie sind nicht hier, okay. Dann versuche ich mich zu waschen. So. Dann werde ich einmal den Lehm hier einsammeln, damit wir die Einträge haben. Ich werde den Lehm dabei hier hinschmeißen. So, ähm, werde ich mich jetzt mal schnell hinlegen. So. Werde dann, wenn wir auf sind, die Blutegel entfernen, dann gehe ich speichern. Dann, dann haben wir eine, glaube ich, recht gute Basis. So. Also, Blutegel entfernen. Einmal, zweimal. Sauber müsste man jetzt sein. Da ist ein Ballenblatt, das mich gerade etwas ärgert. So, haben wir noch irgendwo einen Egel? Ich glaube nicht. Gut. Dann schauen wir in unserem schlauen Buch nach. Da haben wir hier diese Lehmgeschichten, ne? Die ich dann unbedingt in der nächsten Session, also in der nächsten Aufnahmesession, ist falsch. Ja, auf jeden Fall halt dann wieder da, ne? Das versuchen möchte tun. So. Ja. So. Nom, 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 nom. So. Das ist ja schon mal gut. Gut. So. Jetzt gehen wir was trinken. Alter Schwede. So. Huruk. So. So. Einmal trinken. So. Dann meine Fallen zum hundertsten Mal. So. Falle aufstellen. Spinne reinlegen. So. Das ist Arbeit. So. Spinne reinlegen. So. Stöckchen sammeln. Noch mehr Stöckchen. Ich könnte aber auch diese Schlingenfalle versuchen aufzustellen. Ich weiß auch schon, wo wir sie aufstellen werden. Das wäre zumindest, glaube ich, das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. So. Wo ist denn die Kröte? Die werden wir gleich sammeln. Dann haben wir das Problem nicht mehr. Hier möchte ich dir noch nach wie vor die Blüte reinlegen. Schauen, was passiert. Ob es was bringt. Ähm, diese, da gibt es ja diese Schlingenfalle. Warte mal. Zuerst möchte ich hier anzünden. Na komm. Benutzen. Äh, nein. Das hier. Und benutzen. Ja. So. Und gleich braten. So. Puh. So. Das zu dem. Was wollte ich jetzt? Ähm. Habe ich schon wieder irgendwo einen Egel oder so? Kein Wurm. Sauber sind wir auch. Ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Ähm. Vielleicht ist er ein Wassermagier. Und kann zaubern. Ich möchte nur kurz was testen. Ob wir hier. Ich wollte nur testen, ob wir hier vielleicht was optimieren könnten, aber nee. So nicht. Gut. Dann die Falle. Also hier Falle. Stein, Käfig, Bogen, Falle. Wenn hier jemand drüber rennt, ne. Wenn hier jemand drüber rennt, dann wird hier ein Pfeil abgeschossen. Drehen. Geht's zum Drehen, bitte? So. Bild schräg. Vielleicht auch so, dass man die Falle nicht sieht. Aber wenn hier schon immer so ein ekelhafter Jaguar rumstreunt, möchte ich schon gern. Okay, ich müsste das Kraut hier ein bisschen zerschlagen. Warte mal, habe ich meine Axt draußen? Ja. Dann müsste ich hier... Äh. Ich habe die gerade irgendwie weggeschmissen, unabsichtlich. So. Den Haufen möchte ich schon gern... Herstellen. Was kann man damit herstellen? Nix. Aber der Platz fällt schon wieder, ne. Also, nein. Das ist bei mir halt echt übel. Das ist echt... Unfassbar, ne. Ein Christbaum ist nicht so voll wie ich. So. Jetzt hauen wir mal die Kohle hier weg. So. Das Bitterdingens hauen wir da hin. So. Den Pfeil gebe ich jetzt hier hin. So. Ich muss das da schnell mal ausleeren hier wieder. Ich vergesse das immer. Die blöde Asche kommt da hin. So. Dann... Was haben wir jetzt noch? Die Trockengeschichte. Die möchte ich gern hier haben. Ja. So. 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 Und so. Und dann noch die Steinchen. So. Jetzt habe ich wieder Platz. Und die Schüssel, die stelle ich hier hin. So. Jetzt habe ich Platz. Jetzt wird es wohl hoffentlich gelingen. So. Ja. Pff. Ist das Blatt noch da? Ja. Perfekt. Jetzt aber. Also. Tagebuch. Falle. So. Ich hätte sie gerne so. Dass wenn hier jemand vorbei rennt. Zack. Ich würde sagen, so geht's. Holz. Wir brauchen jetzt Holz. Holzi, holzi, holzi. Ich schaue mal da drüben. Ich hüpf. Ob wir da noch irgendwas haben. Zumindest kleine Stöckchen. Die brauchen wir sowieso. So. Schön sammeln. Dann können wir gleich die hier umschlagen. Hier haben wir schon zum Beispiel sowas mit. Das müsste einen langen Stock geben. So. Mal feste drauf. Ah, der ist schon wieder müde. Komm. Wenigstens die zwei möchte ich gern mitnehmen. Dreck. Ja. Schön. Sehr gut. Also ein langes Stocki. Zwei langes Stocki. Passt. Damit möchte ich jetzt erstmal zurück. So. Das kann man schon mal hier aufstellen. So. Dann möchte. Achso. Waschen. Hoppana. Wow. Waschen, waschen. So. Ein Stückchen noch nach vor. So. Einmal waschen, bitte. So. Lehmdusche gibt es auch. Jetzt hör auf. Ernsthaft? Wasser. Tatsächlich. Holzscheit. Lehmzegel. Bambusstock. Oh Gott. Wie cool ist denn das? Kannst eine volle Cajun bauen. Mit Sanitäranlagen. Es fehlt nur noch Klo. Voll cool. Mein Essen. Ist das schon vergammelt? Na. Glück gehabt. Dann würde ich sagen, wir futtern da gleich mal was. Das ärgert mich aber gerade, dass es keine Bananen mehr gibt. Vielleicht haben die jetzt da so eine Art Saison. Was wollte ich jetzt noch? Schlafen gehen. Genau. So. Also mal pennen gehen. So, das reicht. Dann können wir vielleicht noch was reißen hier. Ich muss nur... Bäume fällen. So. Zack. 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 Dann fällt mir ein, haben wir hier... Habe ich hier wieder eine Egelplage irgendwo am Bein? Na, schaut okay aus. Ich hätte speichern sollen. Weißt was? Und das mache ich auch. Ganz schnell. Damit wir nicht immer wieder von vorne anfangen müssen. Weil ich bin ja so ein Profi. So. Ja, bitte. Passt. Haben wir mal einen kleinen Fortschritt geschafft. Hoi, Erika. Da bin ich ja schon mal froh. Okay, die Stöckchen gehen nimmer. Der aber noch... Gut. So. Der gibt Scheitel. Hundertprozentig. Ich will aber die dünnen haben. Damit das lange Stöcke werden. Lianen sind auch nicht verkehrt. Streng gesehen müsste ich dieses Kraut auch mitnehmen. Weil daraus kann man ja Verbände machen. Ich nehme jetzt den. Es werden zwar auch Scheiteln draus, aber egal. So. Es werden aber auch lange Stöckchen draus. Normalerweise. Also einen haben wir da. Also einen haben wir da. Nur einen. Stock, Stock, Stock. Stock, Stock, Stock. Da ist noch einer. So. Dann gehen wir zurück zu unserer Falle. Aha, da habe ich nur mal einen Stock gebraucht. Okay. Was ist das hier? Da ist doch auch einen, den man braucht, oder? So. 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 Seil, Seil, Seil. Seil. Was noch? Was noch? Was noch? Und da wäre noch mal noch ein Seil, oder? Ist der jetzt schon fertig? Nö. Ah. Hier war es kurz grün. Ich glaube jetzt. Tada. Fertig. So. Damit müssten wir jetzt eigentlich geschützt sein. Wenn ein Jaguar da durch will, der müsste dann die Falle auslösen. Halten und scharf machen. Ich hoffe, wenn ich da rein renne. Dass ich mich damit nicht selber umbringe. So. Was ist denn hier? Nein. Warte mal. Ah, das geht noch nicht. Ich dachte gerade, vielleicht kann man sowas als Köder jetzt benutzen. Nein, das geht auch nicht. Hm. Ich wollte nur mal probieren. Nein, nein. Gehen Ameisen? Nein. Okay, dann muss ich warten. Vielleicht kann man hier was raufhängen. Was dann als Beute, also als Köder durchgeht. So, jetzt habe ich es. Muss ich schauen, dass ich irgendwie Fleisch kriege. Ah, gut. Dann würde ich sagen, wäre wieder Schlafenszeit, theoretisch. Ich würde sagen, wir machen zuerst mal bis Mitternacht ungefähr, also mal komplett durch, so, bis eins, halb zwei, viertel zwei, so, jetzt habe ich es. Und schlafe noch mal bis zum Morgengrauen. So, 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 bis sieben herum. So, dann gucken wir mal. Vielleicht geht es ja auch mit einer Krabbe, wenn ich mir jetzt da eine fange. Vielleicht. Äh, äh, essenstechnisch schaut es natürlich schlecht aus. Was kann man damit herstellen? Nichts eigentlich. Keine Ahnung, was mit der Frucht gemeint ist. Ich werde sie jedenfalls mal rausschmeißen wieder. So. Ah, sind die fertig? Klapperschlangenfleisch war das. Okay, das war gar kein Menschenfleisch. So. Jetzt ist die Frage. Ja, es schaut aus, als wenn es roh sein müsste. Hä? Was ist denn jetzt schon wieder? Also, essen wäre gut, ne? Mahlzeit. So. Ähm. Rohes Fleisch dann, ne? Vielleicht klappt das ja auch schon. Oh, ich habe Blutegel einen Haufen, ich habe es gerade gesehen. Yes, das ist na. Halleluja. So geht das aber nicht. So. Basta. So. Öh, pekta. So. Oh. Oh. Boah. Alter. Okay, da hat er es mit der Falle gut hingehaut, wie es ausschaut. Ich glaube, treffend du ihn. Okay. Mein Bogen wird auch bald kaputt sein. Oh. Oh, 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 oh. Ist sie jetzt ausgebüxt? Ich glaube, ne? Schade. Ich hätte näher rangehen sollen, hätte ich mehr Damage gemacht, ne? Ja. Ja. Sind sie wenigstens meine Pfeile noch? Oder sind die mit Samtenviech abgehauen? Sie sind mit Samtenviech abgehauen. Okay. Jetzt ist die Frage, ob der Jaguar woanders krepiert ist. Und ob er jetzt generell für uns verloren ist. Der ist, glaube ich, generell für uns verloren. Schade, irgendwie. Naja, da war ich wohl jetzt ein bisschen zu langsam. Dafür möchte ich gern das hier mitnehmen. Das Pflanzl. Zack. Das war jetzt wieder dieser Tabak, oder? Glaube ich. Schade. Wir haben eine Spinne für eine Spinne bekommen. Das heißt, ich werde hier auch mal probieren, ob das geht mit der Rose. Mit der Seerose. Ja. Da vorne hätten wir einen Pilz. Mehrere Pilze. Das ist hervorragend. Den können wir trocknen. Und die werden wir gleich essen. So. Na, geht nix. So. Also es ist gerade blöd, dass der Jaguar jetzt nicht unsere Beute geworden ist. Das wäre jetzt toll gewesen. Ich wüsste auch nicht, wo der Kerl hingelaufen ist. Eine Spinne. Okay. Die Blüte bleibt drinnen. Okay. Gut. Ah, ich sehe Banane. Die müssen wir jetzt wegknuspern. Nom nom nom. Die futtern wir gleich alle so weg. Waren das alle? Ja. Gut. Ich schaue mich hier noch ein bisschen um. In der Hoffnung, dass hier irgendwo der Jaguar liegt. Hm. Aber ich fürchte, so viel Glück habe ich leider nicht. Schade irgendwie. Schade. Schade. Vielleicht bin ich auch bei ihm vorbeigelaufen. Der liegt hier tatsächlich irgendwo. Aber es schaut nicht so aus. Der wäre halt cool gewesen. Allein einmal um zu schauen, ob er jetzt schon ein Fell für uns hätte, aus dem wir uns eine tolle Rüstung machen hätten können. Allein schon zur Tarnung, ne? Wäre es cool gewesen. Naja, egal. So. Wir sind wieder zurück. Ich sehe gerade, da liegt eine Nuss. Uah. Kann ich da durch? Nein. Meh. Dann halt einmal rundherum. So. Da sehe ich sie. Die essen wir auch gleich. So. Die essen wir auch gleich. Komme ich jetzt hier irgendwie vorbei noch? Nö. Oh. Ich habe mir selber den Weg verbaut eigentlich. Haha. Ja. Da komme ich da durch? Nein. Auch nicht. Aber hier. Ja. Hier geht es. Gut. Gut. So. Haben wir hier. Ja. Die könnte man eigentlich theoretisch. Oh. Braten wollte ich gerade sagen. Ich komme nie wieder zu meinem Lager zurück. Niemals wieder. Hoppala. Das wollte ich gerade nicht. Ich wollte ja was bauen. Und zwar. Was haben wir hier noch für Einträge? Ist da irgendwas Neues? Ich glaube nicht, ne? Nein. Nein. Passt alles hier. Fieber. Blablabla. Da ist wahrscheinlich nur der Eintrag jetzt mit. Genau. Mit Dreck. Und dem. Halt. Warte. Ich habe mich verdrückt. Schon wieder einmal. Mal. So. Jetzt habe ich es. So. Tab, 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 tab. Ja klar. Ein Stock fehlt. Ist logisch. So. Wenn die Pilze schon mal hier wachsen. Werden wir sie auch gleich wegfressen. Dann haben wir hier noch ein Stückchen. Hier haben wir ein tolles Stückchen. Da haben wir eins. Da wäre eins. Und hier wäre eins. Da hätten wir welches. Ich meine, ich würde schon gerne am liebsten hier bleiben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und warum sollten wir nicht trotzdem noch ein Lehmhaus bauen? Bei passender Gelegenheit. Ich muss mal Schlucken nebenbei. Gluck, 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 gluck. So. Dann will ich jetzt nochmal ein Feuerchen machen. Ne? Benutzen. Äh. Benutzen. Weil ich möchte gerne die Spinnen braten. Oh, yes! Die kann man nämlich nicht essen. Wenn sie nicht gebraten sind. Kann ich den Schwamm hier? Tut sich da was? Nicht so richtig, ne? Dann kommt aufs Trockengestell. Die Seerose tut sich da auch nichts. Ihr wollt es einfach mal probieren. So. Dann kommt halt das Schwammel wieder hier hin. Da funktioniert das, was ich weiß. Ja. Die Seerose ist nicht zum Trocknen gedacht. Alles klar. Ich glaube auch nicht, dass man so ein Kraut trocknen kann. Ehrlich gesagt. Was bist du eigentlich? Unbekanntes Kraut. Lebensmittelvergiftung. Okay. Das werde ich glaube ich hier hin tun auch. So. Zack. Passt. Jetzt wäre es cool noch was zu fischen. Wenn möglich. Den Jago habe ich hier leider nicht bekommen. Ich sehe auch gerade, wir sind schon wieder schmutzig. Das heißt, wir gehen uns waschen. Dann versuche ich da vorne die Krabbe hier zu erlegen. Passt. So und so. Und auch den Rochen nach Möglichkeit. Oh, hat das nicht funktioniert? Ja. Hm. Geht so nicht. Da brauche ich glaube ich den Speer dazu. Au. Was war denn das jetzt? Hat ein bisschen... Na, ich will jetzt den da haben. Hallo. Ausrüsten bitte. Alter. Der hat mich vergiftet. Du Bastard. Äh, ich stehe eh schon auf den drauf. Hallo. Würdest du den jetzt bitte... Hä? War das vielleicht früher ein Bug und... Oder ist jetzt ein Bug und irgendwie klappt das nimmer. Au. So ein Mistviech. Alter. Geht das nimmer. Mhm. Alter, das freck ich auch noch. Ja, egal. Ich habe eh Speerheit gehabt vorhin. Also das ist unfassbar. Ich wollte es mal probieren. Vielleicht brauche ich da jetzt diesen Vier-Zacken-Speer. Aber kein Eindruck, Speer ist doch Speer, oder? Den konnte man aber früher schon fangen. Vielleicht ist das jetzt momentan nicht möglich. Später dann vielleicht wieder. Gut. Hervorragend. Da kommt gerade keine Freude auf. Hm. Ich bin gerade überlegen, ob ich jetzt den Vier-Zacken-Speer dann bauen soll. Ob der besser funktioniert. Ich... Keine Ahnung. Ich dachte, dass der Speer hier schon toll wäre. Aber dem ist scheinbar nicht so. Würdest du jetzt bitte fertig laden? Danke. Es ist unglaublich. Naja, gut. Dann belassen wir es halt dabei, dass es nicht geht. Was soll man machen? Der Knochenspeer ist zu schlecht. Tja. Meine Falle ist noch nicht fertig. Okay, die muss ich dann noch fertig bauen. Ähm. Ja. Ja. Ein bisschen verwirrend das Ganze. Aber was soll man machen? So. Na gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, ich baue jetzt die Falle fertig. Also, ich beende jetzt den Part. Baue inzwischen die Falle fertig. Und wir hören uns dann im nächsten Part. Wenn, ja, wenn es wieder heißt. Oder wenn wir wieder versuchen hier zu überleben. Ja. Dann müsste jetzt noch, genau. Dann brauche ich noch. Es ist einfach nur ein Vogelnest ohne Ei. Dann warte ich vielleicht noch ein bisschen. Vielleicht kommt das Ei noch. Na gut, ähm. In dem Sinne, ihr Lieben. Das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.